Albert Einstein Wahnsinn ist, dasselbe zu machen, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und nach diesem Zitat ist die Regierung eindeutig wahnsinnig. Denn sie macht genau das, diesen Fehler, den sie vor 200 Jahren schon einmal gemacht hat, reproduziert sie immer und immer wieder und versucht sich rauszureden, weil wir menschenrechtlich so unglaublich stark gewachsen sind. Aber da haben wir von der Opposition noch ganz klar gesagt, schauen Sie auf den Drohnenkrieg, schauen Sie die NSA, schauen Sie die Russlandskrim-Krise, schauen Sie China, die Menschenrechtssituation, hat sich das wirklich so stark geändert? Und gleichzeitig brauchen wir eine UN-Resolution und die geht nur über den Sicherheitsrat. Und da haben genau diese Staaten ein Vetorecht. Also es funktioniert alles in Europa. Ich möchte aber noch auf meine Vorrednerin eingehen. Meine Vorrednerin hat gesagt, dass die Staaten, die westlichen Staaten, kein Interesse daran hätten, Länder arm zu halten. Genau das tun wir andauernd. Wir haben ein großes Interesse, Länder arm zu halten. Wir haben ein großes Interesse aus einem kapitalistischen Interesse, daraus Länder arm zu halten, damit wir reicher werden. Das ist genau der Mechanismus, der immer weiter funktioniert, der diese Länder ja unten hält, der diese Entwicklungshilfe erst nötig macht. Und deswegen haben wir die auch. Und zugleich die Terrorismusreduktion. Das ist nochmal ein ganz entscheidender Punkt, der ganz interessant ist. Denn was machen wir? Wir gehen gegen islamistische Gruppen vor und gleichzeitig bringen wir in Islam unser Wertepiel ein. Ja, gerade das legitimiert doch die Al-Qaida-Propaganda. Gerade das, dass diese Länder eben nicht selbstbestimmt sind, sondern eben anderen Opfern und anderen umgesagt wird, was sie falsch gemacht haben. Und das passt doch genau in diese Al-Qaida-Psychologie, die sie dadurch noch stärken. Als Zweite, sie sagen, sie haben eine langfristige Perspektive anzubieten, aufgrund von Strukturen, die sie schaffen. Aber Strukturen brauchen immer Legitimität. Und das Problem ist, dass sie keine Legitimität haben. Denn was brauchen sie gerade in einem Staat? Nehmen wir mal Somalia, über den ich gleich reden werde, war noch nicht richtig über Somalia, aber überhaupt über einen Staat innerhalb des Staates geredet wurde. Aber Somalia, das ist ein Staat mit einer unglaublich armen Reichsspanne. Das heißt, die armen Leute sind teilweise ungebildet, die können im Prinzip überhaupt nicht mitentscheiden. Das heißt, für eine funktionierende Verwaltung brauchen sie eine Elite. Sie brauchen eine Elite, das heißt, sie brauchen die Legitimität einer Elite. Und was haben wir in diesen Ländern? Die Eliten sind doch gerade, die wir im Bürgerkrieg finanzieren. Das sind doch gerade die, die so zerstritten sind und die das Ganze fördern. Das heißt, sie werden hier immer Verlierer haben. Sie werden ihren Strukturen immer Verlierer schaffen. Mächtige Eliten, die verloren sind, die immer wieder zurückschlagen werden. Diese Strukturen immer wieder delegitimieren werden aus Machtanspruch, weil das ganz zentral ist. Und dann haben sie eben keine langfristige Perspektive. Und das ist das, was wir eben ganz stark machen wollen von der schließenden Opposition. Denn die Regierung hat uns allgemein gezeigt, sie hat uns gesagt, ja, die Menschenrechte sind das wichtigste, universelle Menschenrechte, die wir dadurch oktruieren. Aber sie haben im Prinzip ein kurzfristiges Reingehen. Dann können wir uns danach wieder ein bisschen besseren Spiegel ansehen. Hier von PR wurde es ganz schön gesagt, mit diesem Bild vom weißen Mann, was doch endlich mal besser sein sollte. Ja, dann gehen sie wieder raus. Und eigentlich merken sie dann aber, weil danach die Bürgerkrieg genauso wieder anfängt und genau das Gleiche passiert, dass dieses Bild in Spiegel nur ein geschminktes Bild war. Weil es nämlich keine langfristige Perspektive gibt. Und das liegt einerseits an dem Punkt, den die Opposition 1 gesagt hat, dass nämlich die UN durchaus aus Eigeninteresse, aus wirtschaftlichem Interesse arbeitet. Aber es liegt noch viel mehr daran, was wir stark gemacht haben. Nämlich, dass wir durch diese Mechanismen kein Staatsvolk gründen. Wir gründen keinen gemeinsamen Volkswillen. Wir gründen keine Nationenidentität. Ich möchte einmal auf Somalia eingehen, weil das ist interessant, dass immer über Somalia geredet wird, aber niemand sagt, was da wirklich passiert ist. Anfang der 90er Jahre ist die UNO da reingegangen. Ganz viel Idealismus hat gesagt, so ist es ganz wichtig, dass wir jetzt da, diese Bürgergeschichten und wirklich ein State Building betreiben. Das war was ganz Neues. Wir machen State Building, machen wir im Prinzip die westliche Struktur, versuchen wir hier Demokratie zu schaffen. Und dann hat man sich da ganz lang mit eingemischt, hat es auch wirklich in den Krieg, ist man als Kriegspartei mit reingegangen. Und das Problem war, wenn man als Kriegspartei mit reingeht, dann ist man im Dschungel. Man ist im Dschungel und im Dschungel wird man zum Tier. Und das ist das Problem, dass man im Prinzip hier zu einer Art Kriegspartei wird und hier im Prinzip den Übersicht völlig verliert. Und was ist daraus geworden? Die haben am Ende einen Rebellenchef unterstützt, der hieß soweit ich weiß Adebesi. Und dieser Mann hat sich aufgespielt als Rotodemokrat, die UN hat ihn unterstützt, dann sind sie rausgegangen, genauso wie sie rausgehen würden, weil sie sagen würden, die Struktur ist doch jetzt geschaffen, da ist doch jetzt erliefert, da gibt es doch Strukturen. Und dann hat der genauso weitergemacht. Dann war das wieder ein Diktator. Und dann hat der die Leute noch stärker und noch geballert, weil er nicht Rache nehmen wollte an dem, was vorher war. Das heißt, wir haben hier eine Rache-Dynamik, die ganz profil ist und die könnt ihr nicht einfach ignorieren. Bitteschön. Das Problem oder genau der Unterschied zu dem, was du hier an dieser Stelle erklärst, ist doch, dass wir unsere eigenen Leute reinstecken wollen, statt hier irgendwie so Proxy-Warlords zu haben. Und genau das ist doch der Unterschied, der diese Stabilität schafft. Was ist bei dir besser, wenn wir einfach diese Stabilität lassen, anstatt sie vielleicht nur für 40 Jahre zu besuchen? Das Problem ist jetzt genau diese kurzfristige Perspektive. Warum sollen die Menschen einen Amerikaner oder einen Russen irgendwie als legitim ansehen, der da wie Verwaltung führt? Warum soll das tatsächlich eine Legitimität haben? Nein, was doch wichtig ist, ist, dass die Zivilbevölkerung, dass sie aus der Bevölkerung Menschen hier im Prinzip holen. Das ist das Problem. Aus der Bevölkerung ist es aber eine Bürgerkriegsbevölkerung. Und da sind alle im Prinzip auch mit drin. Da haben alle Verwandte verloren. Da haben alle im Krieg mitgemacht. Und genau das ist aber der Punkt, dass wir hier sagen, entweder sie holen sich Menschen aus der fragmentierten Gesellschaft, da haben sie das Problem des Rutschlags, oder was sie, was sie, sie holen sich Menschen von draußen, aber dann haben sie das Problem, dass es keinerlei Legitimität gibt, weil es eben nicht von innen kommt. Weil es eben nicht von innen kommt. Und deswegen sagen wir, Vermittlung und Entwicklungshilfe sind die besseren, sind die eindeutig besseren Methoden. Denn was haben wir hier gezeigt? Und das ist ganz wichtig. Wir haben als einzigen Teilen aufgezeigt, was denn wirklich so ein Failed State ist. Wir wissen nämlich nicht nur, dass es da keine Verwaltung gibt und dass da im Prinzip nur Chaos herrscht, wie Sie gesagt haben, sondern das sind ethnische Gräben. Und ethnische Gräben sind sehr schwierig zuzuschütten. Auch die Flüchtlinge sind ganz oft eben einfach Kriegsparteien, die verloren haben. Menschen, die zu Kriegsparteien gehören, die verloren haben. Das heißt, hier haben wir im Prinzip eine große, große, unübersichtliche, einen großen ethnischen Graben. Warum haben wir das? Weil es kein geeintes Staatsvolk gibt. Das heißt, das, was wir haben in Deutschland, was wir in Russland haben, was wir in China haben, was wir in Amerika haben, dass wir nämlich eine einheitlich geeinte liberale Gesellschaft haben. Wir kennen kein Staatsvolk. Und was brauchen wir nun Staatsvolk, um eine Identität zu schaffen? Wir müssen gegen die Fragmentierung kämpfen. Und was wir jetzt das Problem haben, dass wir immer wieder eine Elite im Prinzip unterstützen werden, weil wir das müssen, weil wir ansonsten nämlich in diesem Staat keine langfristige Perspektive hinbekommen. Das heißt, entweder Sie haben eine kurzfristige Perspektive, dann haben Sie sich fürs reingewaschen, oder Sie versuchen es mit der langfristigen Perspektive. Dann stehen Sie aber vor dem Problem hier, dass Sie erstens keine kulturelle Identität schaffen, denn das ist eine optorierte Identität. Und wir wissen alle, Identität bilden wir am besten auch durch eigenes Kapiteln, durch eigenes Nachdenken, durch eigenes auf die Grundlage blicken und eben nicht einfach irgendwas, was mir jemand gesagt hat, im Prinzip zu übernehmen. Das lernen schon Kinder und Nationen lernen das ganz genauso. Das heißt, wie legitimiert sich das State Building? Entweder das legitimiert sich aus Menschen aus der Bevölkerung, die aber Teil des Problems sind, die sind eben genauso in diesem polarisierten Kampf verstrickt, oder wir nehmen Menschen auch raus aus der fragmentierten Gesellschaft und dann haben wir das Problem der Legitimation. Das heißt, Menschen werden bei ihnen immer verlieren, das ist der Punkt. Menschen werden immer verlieren, denn die aktuellen Mächtigen, die verloren haben, die sie entmachten, die werden umso stärker zurückschlagen, die werden wir im Prinzip schon weiter legitimieren. Und daher sagen wir, dass Entwicklungshilfe und vor allem Vermittlung viel wichtiger sind, als wenn wir unsere Strukturen hier aufortuieren. Dankeschön. Vielen Dank, Nikolaus. Ich glaube, alle vier Redner und Händler sind noch mal am Klauschverdienst.